Ulrich Zwingli hat es als Bauernsohn eines Bergdorfes weit gebracht. Seine Erkenntnisse krempelten nicht nur Zürich um, sondern hatten Einfluss auf das reformierte Denken in der Eidgenossenschaft, in Europa und der ganzen Welt. Ich sage immer scherzend, er ist das beste Exportprodukt der Schweiz. Das ist mehr als das Schweizer Messer und der Schweizer Käse. Das ist so. Entdecken Sie Ulrich Zwingli, wer er war, was ihn antrieb und wie seine Entdeckungen ihn und die Gesellschaft veränderten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017